Gesundheitswirksame Bewegung für Kinder und Jugendliche Langdauernde Tätigkeiten ohne körperliche Aktivität sollten so weit wie möglich vermieden werden und ab und zu durch kurze aktive Bewegungspausen unterbrochen werden. Nach heutigen Erkenntnissen sollten Kinder und Jugendliche im Schulalter zusätzlich zu den Alltagsaktivitäten mindestens eine Stunde täglich Aktivitäten mit mittlerer bis hoher Intensität durchführen. Kinder im Primarschulalter sollten sich deutlich mehr bewegen. Zusätzliche Aktivitäten bringen für alle Altersgruppen weiteren gesundheitlichen Nutzen. Mittlere Intensität bedeutet, dass sich das Kind beim Bewegen noch gut unterhalten, aber nicht mehr singen kann. Hohe Intensität bedeutet, dass kein durchgehendes Gespräch mehr geführt werden kann. Für eine optimale Entwicklung ist ein vielseitiges Bewegungs- und Sportverhalten nötig. Dabei sollten im Rahmen der Minimalstunde oder darüber hinaus mehrmals pro Woche Tätigkeiten durchgeführt werden, die folgende Wirkungen haben. Knochen stärken, Herz-Kreislauf anregen, Muskeln kräftigen, Geschicklichkeit und Koordination verbessern, Beweglichkeit erhalten, Beim Sport, im Straßenverkehr, sowie auch bei Freizeitaktivitäten wie beispielsweise beim Baden sind eine fachgerechte Unterweisung, eine altersgemäße Überwachung und eine korrekte Ausrüstung entscheidende Schutzfaktoren. Mobilesport.ch ist die Schweizer Online-Plattform für Sport und Bericht und Training. Musique Beweglichkeit und Koordination 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 Beweglichkeit und Koordination